Mitsubishi bietet seit 1973 ein Auto der unteren Mittelklasse, das auf den Namen Lancer hört. Die Modellgeschichte geht über Generationen. Die aktuell 8. Generation ist seit Ende 2007 als Sportlimousine zu haben. Noch einen Zacken schärfer ist der Lancer Evolution. Doch wir wollen uns hier und heute im Weltexpress TV mit der Sportback-Version befassen, die mit dem Modelljahr 2011 Neues in Technik und Ausstattung bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neu ist der 1,8 Diesel MIV-EC ClearTag mit 150 Pferdestärken. Da staunt der Zuschauer. Diese Technik trägt nach Herstellerangaben nicht nur zu einer sportlichen Leistungsentfaltung und kraftvollen Drehmomentcharakteristik des Motors bei, sondern verbindet diese auch mit einem betont niedrigen Verbrauchs- und Emissionsniveau. Der 1,6 Liter Benziner ist mit 117 PS ausreichend motorisiert und verfügt ebenfalls über das variable elektronisch gesteuerte Ventil auf der Einlassseite. Die immer besser und also auch umweltfreundlicher werdende Technik der Mitsubishi-Motoren werden unter dem Begriff ClearTag angepriesen und beinhalten ein automatisches Start-Stop-System. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017